Leo, was gibts? Ach ja. Ich habe ja letztes Jahr das recht clever gemacht, indem ich einfach nicht da war bei der Folge. Was? Das war mein Trick an den Picks des Jahres vorbeizukommen. Der großen Aufgabe. Also mein Pick des Jahres wird ein Pick, den ich auch als normalen Pick, glaube ich, also das ziemlich sicher auch dieses Jahr hatte. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich das gepickt habe. Nämlich eine App, die auch in erster Linie darauf aufbaut, dass man eine Apple Watch hat und die letztlich mehrere Funktionen nachliefern, die die Apple Watch selbst halt nicht hat, wo wir jetzt sehr stark natürlich in den Gesundheits- und Sportbereich reinkommen. Und halt diese schöne große Datensammlung, die die Apple Watch eben anfertigt oder überhaupt Smartwatches inzwischen ja in der Lage sind, anzufertigen, halt sinnvoll auswertet, was mir einfach Apple im Moment mit Bordmitteln viel zu wenig macht. Ich meine, man kann sich durch die Health-App wurschteln, das kennen wir alle. Und da kann man natürlich auch sich Sachen rausziehen an Informationen. Aber diese spezifische App namens Athletics, oder Athletic heißt sie sogar nur ohne S am Schluss, Athletic-App, die hat diese Aufgabe für mich halt ziemlich perfekt übernommen. Und bei der steht halt diese Herzfrequenz-Variabilität im Vordergrund, die da im Sportbereich ja sowieso schon breit angekommen ist und die viele andere GPS-Uhren längst sich halt groß auf die Fahne geschrieben haben und einfach da dir sowieso mit ihrer eigenen Software halt diesen Wert schon auslesen und daraus praktisch dir so eine Idee bieten, wie unter wie starker Trainingsbelastung stehst du halt. Aber auch unabhängig, auch für jemanden, der irgendwie wenig trainiert oder gar nicht trainiert, wie gestresst bist du zum Beispiel oder in welcher Verfassung ist letztlich dein Körper. Das sind ja alles Sachen, die man aus diesen Werten schon auch rauslesen kann. Und die Werte sind ja wie immer natürlich unter der Problematik, dass du die so ein bisschen mit Anführungszeichen natürlich auffassen musst, weil Messfehler, glaube ich, kann man bei der Apple Watch auch immer mal oder überhaupt bei Messungen am Handgelenk, musst du immer irgendwo mit Messfehlern rechnen und musst damit rechnen, dass vielleicht irgendwas von diesen puren Werten auch nicht so hundertprozentig der Realität oder nicht irgendwie einer klinischen Messung entsprechen würde. Aber du bekommst natürlich trotzdem, wenn du sehr lange Werte aufzeichnest, hast du ja auf jeden Fall eben einen sehr großen Pulk an Daten, aus denen du lesen kannst und aus denen du vor allem Veränderungen ablesen kannst, langfristige Veränderungen. Und ich glaube, da liegt natürlich das Spannende. Und das macht halt Athletics auch so. Ich sage immer Athletics, aber heißt nur Athletic ohne dieses S. Macht das natürlich auch, dass du halt ein bisschen den Rückblick hast auf die vorausgehenden Wochen, also einen kleinen Blick auch zurück und eben auch solche Trendkurven und Entwicklungskurven, die nicht nur spezifisch eben auf Sport ausgelegt sind, sondern auch die Gesundheitsdaten halt mit berücksichtigen, die halt die Watch sowieso erfasst. Und das ist halt die Ruheherzfrequenz natürlich als ein Hauptpunkt. Und das ist die Atemfrequenz beim Schlafen, wenn man natürlich mit der Watch Schlaftracking macht. Das ist eine Blutsauerstoffsättigung, die wie gesagt unter Vorbehalt, weil die Werte, die halt die Apple Watch ausspuckt, sind halt die Werte, die die Apple Watch ausspuckt. Und die Temperatur am Handgelenk, die auch ja nur beim Schlaf gemessen wird, aber die auch einen ganz interessanten Einblick durchaus, habe ich ja früher auch schon ein paar Mal erzählt, haben wir schon öfters drüber gesprochen, in Infekte geben kann. Meistens aber eher nachhinein betrachtet, dass du halt siehst, wann sich der Infekt vielleicht dann wieder aus deinem Körper auch langsam verabschiedet hat. Aber insgesamt ist es tatsächlich für mich so ein unverzichtbares Stück Software geworden, gefühlt, um da einfach zu sehen. Also nicht zu sehen, es ist nicht so, das spuckt dir natürlich auch Punkte und Prozentwerte und so weiter aus. Aber es gibt dir oder mir spezifisch gesagt, halt das Gefühl, tatsächlich ein bisschen tieferen Einblick in meinen Körper zu bekommen, in verschiedene Werte sozusagen zu bekommen, auch in gesundheitliche Faktoren zu bekommen. Und das alles natürlich mit der Idee, also ich meine, das schwingt immer natürlich mit bei der ganzen Datensammlung. Da ist immer so ein Optimierungsding drunter. Also wie kannst du irgendwie alles optimieren? Und ich glaube, das ist natürlich was, was auch so ein bisschen kritisch ist oder was ich relativ kritisch sehe, weil diese Optimierungsgeschichten, die laufen auch, also die können auch in so eine sehr ungute Ecke abdriften. Es ist sehr schwierig, da so eine Balance zu finden, dass man das also auf der einen Seite alles mitlockt und dann halt sich eben aus den Daten auch was rausziehen will und natürlich vielleicht auch Optimierungspotenzial bei irgendwas sieht. Aber das darf natürlich auch nicht zum Selbstzweck werden, dass du halt nur noch diesen Daten, deinen Körperdaten irgendwie dich unterwirfst oder den Daten, die diese Apps dann halt da rausziehen und dann halt alle Entscheidungen irgendwie davon abhängig machst. Aber ich finde sie halt eine gute zusätzliche Stütze. Sie sind für mich informativ. Ich empfinde es als hilfreich, das auch zu sehen. Ich finde es hilfreich, diese Trendkurven zu haben und das halt auch mit dem persönlichen Körpergefühl halt abzugleichen und dann halt zu überlegen, gerade wenn du jetzt irgendwie Training natürlich auch einbaust, was das halt für dein Training bedeutet oder wenn du das unabhängig vom Training benutzt, jetzt zum Beispiel, was das halt für deine Gesundheit bedeutet und wie sich halt verschiedene Faktoren, du kannst halt ja auch, du kannst ja in Athletics zum Beispiel auch mit verschiedenen Tags solche Geschichten halt tracken, wie wirkt sich halt aus, wenn ich nachmittags und abends Kaffee trinke, wie wirkt sich das auf meinen Schlaf aus? Wie wirkt sich aus, wenn ich abends Alkohol trinke, wie wirkt sich das auf meinen Schlaf auf? Und natürlich auf all diese anderen Körperwerte, die halt die Watch auch erfasst. Und das ist natürlich was, was durchaus auf einer Langzeitbetrachtung sehr interessant sein kann und vielleicht dabei helfen kann, halt bestimmte Gewohnheiten zu ändern, wenn man sie denn ändern möchte. Weil ich glaube, da muss natürlich dann jeder am Schluss für sich selbst wissen, was er will und gar nicht so sehr jetzt, um sich da irgendwie zum Jahresanfang irgendwie große, die tollen Neujahrsvorsätze, zu machen, die irgendwie Quatsch sind und sowieso umschlagen. Aber diese Geschichte und Timo, du hast das glaube ich auch letztens bei der Sprechkabine gesagt, diese Idee, irgendwie möglichst Daten zu sammeln und dann jetzt eben die zu haben und aus diesen Daten sich Sachen, Informationen rauszuziehen. Und das ist was, was unglaublich mächtig ist und was natürlich was ist, wo wir irgendwie von der Idee her schon so lange daran rumdoktoren, insgesamt so, also für Leute, die irgendwie Technik begeistert sind und Gadget begeistert sind. Das ist ja so ein ganz altes Konzept eigentlich, irgendwie alles halt aufzuzeichnen und dann auszuwerten. Aber jetzt langsam, so habe ich das Gefühl, dass wir an der Schwelle sind, wo das wirklich auch sinnvoll wird und halt nicht nur so ein Selbstzweck ist. Also zum Beispiel, ich hatte ja letztes Jahr auch gesagt, mit den Heizkosten und mit den Temperatursensoren im ganzen Haus, ich habe mit den Temperatursensoren erst verstehen können, wie diese Heizung hier funktioniert. Weil die hat, in der Standardeinstellung hat die nur Sinn gemacht, wenn Gas sehr billig ist. Wenn Gas teuer wird, dann war die halt völliger Murks. Und die Einstellung, weiß nicht, ob der Heizungsmonteur die da so eingestellt hat, weil er die schon immer so eingestellt hat. Das haben wir schon immer so gemacht. Vermutlich. Und das durch Betrachten dieser Daten hat sich dann eben ergeben, wie ich das optimieren kann. Und dass mein eigenes Haus wäre, dann würde ich da noch mehr optimieren und würde dann auch die Thermostate und das ganze Zeug tauschen und sowas. Da wäre dann noch mehr rauszuholen, ohne dass halt ein wesentlicher Verlust von Komfort entsteht. Ich habe auch bei der letzten Sprechkabine nicht vergessen, das Studio zu heizen und dann war der Komfort nicht besonders hoch. Ja, das hörte sich etwas frostiger an. Und nee, das ist auch für andere Sachen. Ich habe ja dieses Jahr auch diesen Stromzähler einbauen lassen in den Zählerschrank hier und habe jetzt eine bessere Übersicht über den Stromverbrauch. Ich habe noch nicht, ich habe mir das jetzt auch ein paar Monate laufen lassen, um jetzt mal ein paar Monate detaillierte Daten zu haben und dann reinschauen zu können. Und natürlich sowas Offensichtliches wie das Elektroauto ist weg, das hätte ich auch so gemerkt. Aber die anderen Sachen sind vielleicht auch noch zu optimieren und dann eben genau zu gucken, wo ist mein Stromfresser? Ich habe da jetzt, ich habe da schon jemanden im Verdacht. Ich bin es nicht. Ein Gerät. Aber das mache ich dann im Detail nochmal wann anders. Aber die und mein Pick geht auch gleich noch in die Richtung. Ah, okay. Ja, also das ist deshalb, Athletics richtet sich halt sehr stark an Leute, die sowieso schon irgendwie sportlich halt Zeug machen. Und deshalb ist es, also ich empfinde es auch als eine Hilfe, auch würde es auch ohne Sport als interessant empfinden. Und natürlich das sinnvolle Ziel wahrscheinlich irgendwie sich mehr zu bewegen, sich grundsätzlich. Es geht ja gar nicht um Sport per se, sondern es geht ja darum, irgendwie sich selbst, den Körper in Bewegung zu halten. Ich glaube, das ist natürlich irgendwie was. Das kommt wahrscheinlich mit wachsendem Alter, kommt diese Idee irgendwie auch stärker, dass es sinnvoll ist, sich in Bewegung zu halten und da auch kontinuierlich in Bewegung zu bleiben, auf lange Sicht. Und das ist einfach eine App, die mir dabei hilft, weil sie halt einen zusätzlichen Einblick gibt, den ich interessant finde. Und ich glaube, das ist was, was auch, also ich meine, die Athletic kostet ja zum Beispiel, das kostet es auch, ist halt eine Abo-App, wie so viele andere Apps inzwischen auch und kostet irgendwie 30 oder 32 Euro, glaube ich, kostet sie im Jahr. Das ist es mir jetzt locker wert. Ja, ich meine, das sind ein paar Euro, die es halt im Monat sind und ich finde diese Auswertung sehr interessant. Und wie gesagt, die ganzen Daten sind ja sozusagen nicht, das sind ja nicht Athletics-Daten, die werden auch, soll lokal einfach nur ausgelesen werden auf dem Gerät, sondern das sind Daten, die ja in der Health-Datenbank sowieso vorliegen. Also man kann diese Daten auch anders auslesen, man kann auch durch Health sich durchbewegen und halt alles versuchen, sich selbst da rauszuholen an den Werten. Die Werte sind alle da, dafür brauchst du Athletics praktisch ja nicht. Aber durch diese zusätzliche, Alex, du hattest ja auch letztens dieses schöne Widget von Health-Fit geteilt, was sozusagen diese Trainings, in welchen Trainings, also Belastungen, Langzeitbelastungen und Kurzzeitbelastungen praktisch ins Verhältnis stellt und dir dann sagt, trainierst du praktisch zu viel, trainierst du zu wenig oder trainierst du so, dass es halt relativ optimal ist, zwischen halt, dass du Fortschritte machst, aber zugleich dein Verletzungsrisiko halt möglichst gering ist. Und das ist, glaube ich, ist einfach interessant, solche Werte auch simpel dann runtergebrochen zu haben, sodass man sich nicht irgendwie in, weil ich bin auch jemand, der Schwierigkeiten hat mit Trainingsplänen und so weiter, dass man dann, dass man so ein einfaches Element am Schluss hat, was einfach einem, ja, das ist immer wieder bei diesem Dashboard, was einem anzeigt, in welchem Zustand der Körper halt ist und was man halt irgendwie machen kann und machen sollte. Also ich habe mich auch mit der Trainingsbelastung auseinandergesetzt letzte Woche und geguckt, in welchen Abs das drin ist. Beispielsweise in deiner, jetzt gepickten, aber auch Health Filters hat das eingebaut und also auf der einen Seite hast du halt diese sehr detaillierten Informationen, die du halt tief reinsteigen kannst, aber du hast halt auch diese Abstraktion, diese eine Grafik so nach dem Motto. The Sweet Spot ist eine schöne Bezeichnung, meines Erachtens. Das ist halt was anderes oder für mich hat das jetzt in den letzten, man muss Wochen sagen, weil das erst am Anfang Dezember in Health Filters, glaube ich, drin ist, hat das einen anderen Blick nochmal auf Fitness gegeben, weil ich hatte halt vorher, ich habe halt immer noch die Ringe, die Ringe kann man schließen, ja, auf der Apple Watch, dann hast du auch Bewegung, aber die Ringe setzen sich natürlich sehr unterschiedlich zusammen, ja, also die können dadurch einfach zusammengesetzt werden, indem du zur Arbeit gehst und wieder von der Arbeit kommst und so weiter, aber die Trainingsbelastung, da fließt halt mehr ein, aber du hast trotzdem diese simple Grafik, so nachdem, solltest du laufen gehen, für mich, ja, oder solltest du nicht laufen gehen und das hat es durchaus verändert, muss ich sagen, mein Blick auf dir, du hast nicht nur halt diese, diese insgesamte, wie weit oder wie gut hast du deine Ringe heute geschlossen mit der Uhr, sondern hast du mehrere Faktoren, die in dich als Trainingsbelastung einfließen und berücksichtigt werden können, aber du musst halt nicht unbedingt abtauchen, die Daten, wenn du es nicht unbedingt möchtest und, ja, es sind nur so ein paar Abschiedes machen, also, ja, du hast, also, du steckst da wahrscheinlich tiefer drin im Thema als ich, also, es scheint an Bedeutung zu gewinnen, aber die Anzahl der Apps, an denen das wirklich so einfach aufgelistet ist, die ist noch beschränkt, also, es ist noch nicht irgendwie so komplett weit verbreitet und, ähm, man stößt da wahrscheinlich noch nicht drüber, weil die, die von dir gepickt, da brauchst du schon die Pro-Variante, oder, die normale, die macht jetzt nicht irgendwie, also, die ist jetzt nicht irgendwie, äh, es ist wahrscheinlich nur so ein Einblick, oder? Ja, ich hab die, glaube ich, am Anfang ja mal ausprobiert, aber ich glaube, da bist du relativ knapp beseelt und ich glaube auch, die Komplikation auf der Watch, da fehlt halt ein Großteil, also, du musst schon abonnieren, damit du da wirklich was Sinnvolles, glaube ich, rausholen kannst, aber die war schon relativ klar eingegrenzt, dann von ihrer Funktionalität, es reicht wahrscheinlich, um mal schnell reinzuschauen. Ich meine, wer sich den ganzen oben drauf krempelt, an Apps, Healthfit kostet ja auch nur ein paar Euro, das ist ja immer noch ein, obwohl der hat, glaube ich, inzwischen auch so ein bisschen, es tendiert schon ein bisschen in Richtung Abo, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, aber es ist so ein bisschen ein Supporter-Abo, also wenn du das halt, also gibt es schon andere Kartenansichten zum Beispiel, andere Karten-Overlays und so weiter, aber letztendlich schwingt es immer noch so in diese Unterstütz mal. Ich meine, wer das Basis-Ding mit Health halt machen will, einfach schauen, dass Cardio-Fitness aktiviert ist, schauen, wo der Cardio-Fitness-Wert ist und schauen, dass der sich möglichst irgendwie langsam nach oben bewegt oder in irgendwie eine gute Zone bewegt. Ich glaube, mit dieser Cardio-Fitness-Wert ist halt, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, also das ist irgendwie so ein essentieller Basis-Wert, der dir, glaube ich, tatsächlich einen relativ klaren, klaren Vorgabe gibt, was deine langfristige Perspektive ist, was halt Fitness und auch Gesundheit angeht und das ist, glaube ich, ist ein sicher sehr wichtiger Wert und den irgendwie so ein bisschen zumindest im Hinterkopf und auch im Blick zu behalten und sich halt in der Health kann man sich auch einfach über Trends informieren lassen, die ja auch eben so schön diese langfristig vorliegenden Daten auswerten. Es baut halt alles darauf aus, natürlich letztlich, dass Apple, letztlich ist es wirklich eine Apple Watch, die die Daten, ich meine, du kannst diese Daten auch mit einer anderen Uhr sammeln und so weiter und aus verschiedenen Fitness-Apps kannst du ja auch alles Richtung Apple Health kippen, aber die Apple Watch ist natürlich schon prädestiniert dafür, muss man sagen. Aber ja, also mein Blick, um dann von der App sozusagen weg auf das große Ganze zu steuern, ist, glaube ich, mein Jahrhundertblick ist ganz klar da, irgendwie sich diese, diese, so einen tieferen Einblick zu verschaffen in halt, in den Zustand, in dem der eigene Körper sich befindet und welche Variablen halt auf den eigenen Körper Auswirkungen haben und wie man an diesen Variablen halt drehen kann. Und da ist halt gerade in Athletics diese schon angesprochene Tag-Funktion halt ganz interessant, dass du halt zumindest mal diese Auswirkungen auch auf deinen Schlaf vor allem beobachten kannst, wenn das was ist, was einen interessiert. Auch da ist ja wie immer schwierig, weil sozusagen den Schlaf zu beobachten kann dazu führen, dass es nicht zu mehr Schlaf, sondern zu weniger Schlaf führt und das ist auch nicht so, ist oft auch nicht so zielführend. Also aufpassen, aber Daten sind einfach was Interessantes und wenn man nicht allzu sehr, wenn man natürlich weiß schon, dass man sich da zu tief reinsteckt, dann würde ich vorsichtig sein. Aber für mich bleibt es faszinierend, das einfach zu sehen und diese Auswertung zu haben.